Der SG Neukölln Der SG Neukölln Die Nummer 7 Sascha Kuntło Die Nummer 8 Timo Laufer Die Nummer 1 Tarek Ciro Die Nummer 10 Daniel Rösch Die 11 Niklas Braas Die Nummer 12 Julian König Und die Nummer 13 Paul Muziahnik Kapitän der Mannschaft is Philipp Andre Trainer is Thomas Scherzvies und Betreuer is Alexander Kozsonitsch Kommen wir nun zum Heimverein im SV Weiden. Er tritt an mit folgender Ausstellung. Die Nummer 1, Matthias Greiner. Die Nummer 2, Neulinger. Die Nummer 3, Sitzig Zupfer. Die Nummer 4, Tobias Brommer. Mit Nummer 5, Jonas Stearns. Nummer 6, Ladislaw Fokatski. Nummer 7, Christian Dietl. Mit Nummer 8, Alexander Linz. Die Nummer 9, Alexander Neumann. Die Nummer 10, Daniel Bayer. Die 1, Sitzender, Elzen Bayer. Mit Nummer 12, Felix Glas. Die Nummer 13, Sitzender, Alexander Burtzügel. Drei neue Mannschaft des Kürze. Glückwunsch! Wir lösen im Spiel einen spannenden Fernverlauf. So ist der für eine Papie. ein bunchiger Bild zweiteil受 yesterday. Und sie sind ja undロge. Es ist gern hin. Komm! Nächste van Schpaal. Die Nostalogie gegen Neukölln ist Nummer 2, der Kampferner in der Wanderseite. Die Nostalogie gegen Neukölln ist Nummer 3, der Kampferner in der Wanderseite. Die Nostalogie gegen Neukölln ist Nummer 3, der Kampferner in der Wanderseite. Die Nostalogie gegen Neukölln ist Nummer 3, der Kampferner in der Wanderseite. Die Nostalogie gegen Neukölln ist Nummer 3, der Kampferner in der Wanderseite. Die Nostalogie gegen Neukölln ist Nummer 3, der Kampferner in der Wanderseite. So kommt Graz, neue Spielstand, 2-2-9-1. So kommt Graz, neue Spielstand, 2-3-4, Bundesbruder und 1-Aufs für bei Köln. So kommt Graz, neue Spielstand, 2-3-4, Bundesbrüder und 1-Aufs für bei Köln. So kommt Graz, neue Spielstand, 2-3-4, Bundesbrüder und 1-Aufs für bei Köln. Jetzt kommt Graz, neue Spielstand, 2-3-4, Bundesbrüder und 1-Aufs für bei Köln. So kommt Graz, neue Spielstand, 2-4, Bundesbrüder, 1-Aufs für bei Köln. Jetzt kommt Graz, neue Spielstand, 1-Aufs für bei Köln. Da ist es noch nichts. Vielen Dank. 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 One, two, three, two, three. Aber unser Torwart ist auch nicht so neu. Okay. 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 Was ist der Bicke? Das ist die Krise. Das ist die Krise. Oh, das ist ein Tor, wahrscheinlich. Du stehst in den Büttler, Kumpel. Du bist gemein. Und noch mal, komm ran, hol dann. Und noch mal, komm ran, 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 Desorientierung, das gibt Pfeife. David Resch, neuesten Stand, Weidenach. Und noch mal, komm ran, komm ran, komm ran, komm ran, komm ran. Und noch mal, komm ran, komm ran, komm ran, komm ran. Dimmим, Dimmim, Dimm! 3, 2, 3, 2! Komm herr! 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 Krampfen! Krampfen! Böckchen Der ist der persönliche Fehler, der spielt dann auch so nicht mehr eingewechselt werden. Feucht! Ah, fuck! Das ist der erste Tag. Feucht! Gehen Sie. Ja, kommen Sie! Los geht's! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Los geht's! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! 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 Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja, ja!